Stichwort lautet Kommunikation. Ein Problem, eine Baustelle, die die neue Führung rund um Bernhard-Burger noch bis zuletzt nicht in den Griff bekommt. Und dann auch der Ursprung ist von der nächsten medialen Bruchlandung des FCB. Also ich habe auch alles in der Presse gelesen und ich war wirklich extrem überrascht, was hier abgegangen ist. Weil ich finde, das ist so unglücklich angegangen, das Ganze. Und das hat in meinen Augen bei den Fans vor allem auch viel Schaden angerichtet. Schon allein die Tatsache, dass beide Parteien allein im Presse sind, zuerst der FCB dann zu spielen, schon allein das ist schlecht. Das darf nicht passieren. Es ist inzwischen kein Einzelfall mehr, dass sich Rot-Blau in der Medienlandschaft entblößt. Während der FCB an der gleichen Front wie jeden anderen Verein gegen die Auswirkungen des Coronavirus kämpfen muss, so ist man der einzige Verein, der diesen Kampf neben dem FC Sion in die Öffentlichkeit trägt. Fakt ist, der FCB gibt aktuell kein gutes Bild ab. Weder nach innen noch nach aussen. Und erneut hat man sich selber in die Bredouille hineinmanövriert. Also ich finde, das, was war, kann man fast nicht mehr so richtig gut machen. Das war zu viel. Die Spiele, logisch, mussten wir auch entgegenkommen. Es ist auch richtig, dass man sich wieder findet. Man muss ja miteinander weitermachen. Es wird sicher Spuren hinterlassen. Und das wird auch bei Fans und Sponsoren überall Spuren hinterlassen. Eine solche Diskrepanz, die da mal gewesen ist. Und jetzt ist ja alles wieder gut. Was denkt jeder? Ja, die hätten ja schlussendlich müssen. Und ja, es bleibt einfach etwas zurück.